Was geht my friends? Willkommen zurück zu Resident Evil 8. Ja, wir müssen so Zeug sammeln, haben wir im letzten Video aufgehört, weil ich gedacht habe, ich kriege noch was zusammen, aber war ja nicht der Fall. Ähm, joa. Was gibt's Neues? Mein OBS ist abgekackt während der Aufnahme. Kurz noch am Ende. Also ich hab's gerade noch so geschafft, die Aufnahme zu beenden, weil es mir schon mal passiert. Mittendrin, gefickt. Aufnahme für die Tonne. War irgendwie zerstört oder so, ist richtig behindert. Weil du hast 20, 30 Minuten lang gelabert, so viel passiert. Ab für die Tonne. So. Ah ja, wir gehen, äh gut. Rechts, links, geradeaus. Wir gehen nach links. Sieht. Teilweise. Halbwegs noch okay. Stars Wald. Die zeigen dir direkt den Tod. Und hier ist. Nichts ist auch gruselig. Egal, let's go. Hab ich ja Bock. Wir nehmen den Universal-Schlüssel. Mit einem. Was? Mit einem. Was? Passt dich? Die Tür mit einem. Viel geflügelten Wesen dekoriert. Das ist doch viel flügelig. Oder nicht, hä? Die liebste Den. Gott, Digga. Hängt das jetzt mit dem Schlüssel ab? Das wäre ja genauso scheiße. Alter, wie viel Schluss haben wir? Scheiße, aber über 60. Damn. Sexy. Ach halt, die Frisse. Hängt vom Schlüssel ab. Zuerst gebe ich in dieses Loch. Du bist lustig. Nein. Das ist wieder so ein Thema. Das ist über ein Gebüsch. Du siehst nichts. Monster zack, zack, zerab, fertig. Du bist tot. Aber ist das schön. Wir gehen einfach ins Dunkle. Das kennt man doch nicht anders. Warte mal. Ja, also rum. Immer ins Dunkle. Und nehmt euch immer eine Schrottflinte mit. Aber wofür, äh, Rössi, die auch bekannt ist? Mutanten. Also du erkenst einen Dutwin, der ist cool mit dir. Und am Ende ist er der Endgegner. Wollah, du Fotz. Was wird, 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 wir merken, wir werden mit dem Juni aufzuschreiben? So, ich find's sehr schön, dass hier Puppen sind. Aber war er nicht richtig? Er muss. Armin Friedhof. hallo ich suche hier eine gewisse puppe oder so habt ihr vielleicht gesehen nee das ist schön das macht ja nicht wer wir kennen trotzdem ist der kürzeste weg laut map laut google maps also da können wir wieder runter ich habe gedacht man gibt es hier gibt es was zu bluten das war auch nice dann sprint denn wir mal kurz was auch geil ist wir haben unendlich ausdauer also sprint ein kinderwagen das sieht sehr versprechend aus schöne mit puppen wunderschön auch mensch das ist doch 100 prozent ein also einmalig da fühlt sich doch sicher wenn du nicht an der ende des brücke blicken kannst du verkehrt das hat es mir egal und das so sicher aussieht man dick da kannst du dir drüber gehen nichts passiert außer zu einem prozent dass die einstürze wieder einstürzen wir nach unten klatschen die ja sie denn im horrorspielen ist ja alles sicher ich meine das ist sicher dass er schon alles sich gelöst wenn das war und davon ist ja so gering das kannst du gar nicht glauben dass ich mich verarschen okay also noch bei brücken nice hätte ich jetzt echt nicht gedacht was was flimmern im horrorspielen ist die frauen stimmen alter wenn sie so richtig ruhig sind mir und den namen rufen der weiß bescheid du bist gebumst nicht im positiven sinne hey mir ich muss dir was sagen ja komm on dicker was kommt hier vor mir lass deine waffe ausgerüstet wir machen hier keinen boxkampf hier mir wo bist du ich musste dich ja im siebten teil retten was soll ich so ganz sie ist tot jetzt zeigt mir raus ich will raus sehen oh gott hier ruft dich zu spawnen und die spawnen wo ist die überhaupt so ah die ist rot stimmt ja kacke vorige also wer da noch also dass die kack waffe ausgerüstet jäger ist da ein monster kommt und ich die waffe ausgerüstet habe der dreht fünfmal an mein mausartiger das ist doch sehr wunderschön dass wir kinder indirekt rein da kann ja nichts passieren schick bitte spawn nicht spinne ich jetzt ja quatsch diga nein das fort ist alles real ey ich klopf mal ne wirklich doch keiner aber da muss doch was anderes sein oder der medienfoto tatsächlich ja muss schon sagen das ist eine hübsche ne gut meine freundin ist schöner aber ich sehe gar nichts kannst du mal ein bisschen die tasche haben aber auch ne wir sind in so einem loch wie schön da fühle ich mich sicher wo ist denn hier diese ah hier einmal nach oben bitte das ding ist so hässlich du weißt nie welche seite heißt es kann von rechts und links kommen oder mittendrin oh jung das ist so geil ne das ding ist ja die könne mittendrin spawnen alter ich gucke ich gucke einfach die wand an die und den bar vorne vorne alter die hier wird dann ne mit spannen hängen die licht im weg er mein maus bett ist geht über den ganzen schreibtisch ne ich muss die maus und her wischen 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 so wir sind da wir sind da wir sind da ja dann gehen wir mal lang ne aber dann kann ja nichts passieren ne fick dich alter noch so ne verfickte burg die nicht auf der map oh ne oder wie die hieß weiß ja ich würde mich der leben gern runter stimmen also bock habe ich nicht wirklich aber was soll's die schwiegermutter und die ähm töchter haben wir ja schon kennengelernt ungewollt was sei denn hier was hatte ich noch passieren im haus benne winter wenn man das hat im haus und kein ganzes schloss alter die war weird die eine sah aber gut aus nur ein bisschen zugeben trotzdem ab grad ab und die geistig kaputt im kopf wie meine ex ähm aber ey man soll ja die wahrheit sagen nichts zum noten warum gibt's denn diese ecken und kanten digger gott verdammt ey immer wieder dasselbe spielchen jetzt hänge ich hier fest open the door natürlich 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 ist die auf und ich brauche dafür nein kann das nicht alles auf einer etage sein eine offene stehende türiere light book ja aber kann man hier ja ne man kann ja nicht check also kein checkpoint das ist sexy kapi weil man kann hier jemand anklotzen die kann ich nicht ja super ich fühle mich total sicher also wirklich eine kirche eine traube und eine kackkanne auf dem tisch wer hängt sich das an also wenn ich mir das an ich werde nicht mal anders als so ein kackbild kaufen ja gut ich bin sowas mit der dekorptionstyp ist ja wahrscheinlich meine freundin aber Bruder for real wer hängt sich eine traube Junge so lächerlich ne ich könnte heulen hier kann man gar nicht rein auch interessant heißt wir müssen direkt nach oben haben wir noch mehr Räume na klar mal gucken mit wem wir es hier zu tun haben er sie die Räume werden nicht kleiner er sie es ah die Puppenfotze ah diese diese Puppenhersteller Herstellerin Hersteller Hersteller was war das weiß ich ich dachte gerade die sitzt da ich fühle mich doch sicherer mit der Flinte muss ich euch ehrlich zugeben klar die macht ja auch nicht Wumms wir haben sie gepimpt dennoch haben wir nur 14 Schuss und Flinten sind er gut auf Distanz heißt nicht auf 10 Meter wenn diese an der Tür steht sondern er höchstens höchstens beim Stuhl kann es drauf ballern was Schrotstreu äh Streit oder? ja klar also die meisten Skid up ey man hat das ihm nicht angegriffen hat also nicht ja dann gehen wir mal da durch das war ein Joke ich wollte da nicht durchgehen oh immer in die dunkelsten Ecken so macht man das geht immer in die dunkelsten Ecken ihr kriegt die Herzinfarkte des Jahrtausends also wir sind jetzt nein das ist also rein theoretisch ich kann nicht weiter rein zoomen oh je der hat noch einen Hof der fickt dich ja was machen wir jetzt zuerst gehen wir die Treppen oder gehen wir in diesen Jump äh diesen Aufzug da hoch das ist jetzt enttäuschend wie wenig Loot wir jetzt kriegen egal nur was nur Fun ne ach runter nein kack warte ich wollte nach oben scheiße es wird besser diga es wird einfach nur besser diga äh die da kommen die jetzt nicht Teddysband entgegen äh halt es mal ähm ja gut was ich mich jetzt frage ist können wir nochmal nach oben ja gut wir gucken jetzt mal in den Keller da war das Schlimmste in Anführungszeichen hinter uns wer weiß noch was alles passiert also bis jetzt sind wir noch niemanden entgegnet begegnet kann liebend gerne so bleiben ich hab das gehört ich hoffe das war aber wirklich nur die Tür jetzt allgemein direkt so dass wir können ha projektor also wir müssen uns jetzt ein porno angucken oder was let's go was hast du denn am Angebot ach gatt schade schade gucken wir doch nicht ne 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 der hat ja klappen können immer in beide Richtungen gucken bevor du in den Gang gehst weil wenn du nach links guckst und nach links gehst kannst du oh Gott noch mehr Türen kannst du von rechts angegriffen werden schieß arbeitszimmer ich fühle mich ein bisschen verarscht zwecks Loot oh Junge richtig über den EBC Vibes gehst hier lang er bam aus der Wand Digga ich höre nicht gewollte Steps die sind nicht von mir eine wunderschöne warum ist überhaupt im Keller Licht an Ja Puppenwerk starten herzlichen Glückwunsch Ja, die Ditti wusste, wer ich da zuletzt in dir gingen. So, wie es ist. Gott, die geht noch wieder auf. Junge. Ah, das ist das letzte. Äh, das zweite. Ne, wir lassen ein bisschen muckern. Tja, Gott. Passt, Digga. Ne, passt. Ich schieße das Ding auf, ne? Small. La, 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 la. Wir können Checkpoint. Ah, dann checken wir. Das schreiben wir natürlich. Das hat man ja zuerst nehmen soll, ne? Gib mal her. Nein. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich wäre eine viel bessere Tochter als Rose. Bitte, darf ich bei dir bleiben? Evil, die Resident Evil. Ich weiß, ich werde euch damit jetzt nerven, ne? Aber das ist da so. In Resident Evil 7 war das genauso. Wir hatten so eine... Also, das war nicht unsere Tochter, aber das war so ein kleines Mädchen. Die ist Evelyn. Und die war so mutiertes Virus-Vibes-Bild. Und die wollte unbedingt, dass wir die als Tochter aufnehmen. Das wird die Puppe jetzt auch. Wir hat es, oder Rose hat es, äh, nee, Mia hat es nicht akzeptiert. Und obwohl die immer krank am Zischeln hat. Wie, was, wie, oh nein, fuck. Hat die... Jetzt... Mal... Du blöde Furze. Alles weg! Nee, falsche Taste. Ja, ich komme mit der Taten. Welche Taste soll ich denn jetzt drücken um den Blickwinkel zu ändern? Ah, gar keiner. Nice. Hä? Äh? Lag die da vorher? Nee, nee. Juni, ich will mal eine Sache wieder haben. Wir untersuchen sie weiter. Die ziehe ich dir ab. Mensch, zieh doch! Die werde ich verticken. Blutiger... Okay, ich will's... Ich will's erst... Ich will's erst gar nicht wissen. Was? Ich mache es so fest, dass man es nur mit einer Schere entfällen kann. Mia? Mia? What the hell? Diese... Puppe ist... Mia? Ja, immer mit dem Auge rumpuppeln, Digga. Ja, schick. Hä? Steh auf! Hier muss noch eine Schere rumliegen, Digga. Da, da. Nee, Stifte, Pinsel. Ach, Braunzeug. Keine Ahnung. Die scheiße, die hier rumzulegen haben, ne? Zehn Milliarden Stifte? Zig... Haben die du zuvor noch nie gesehen hast, ne? Aber kacke. Und so weiter, ne? Also das ist echt gut. Wo ist denn die Schere? Ich will ja nicht in den Gang reingehen, ne? Woher weißt du, wie man die Pop auseinandernimmt? Ja, weißt du, wie man die Pop auseinandernimmt? Aber... So dicht hättest du es nicht halten müssen. Hätten wir auch so, ne? Aha. Nein, schli... Oh, ne. Hör doch bitte auf! Ich will mal ein Zeug haben. Ich will mal ein Zeug haben. Wow. Was für ein Tritt. Glaubst du es? Verrückt. Wie viel Energie sie schon hat. Ja. Mhm. Das ist, was ginge. Wir gehen entweder dadurch oder dahinten. Beides ist weird. Ich weiß, ich glaube, die Schere, wenn wir nicht finden... Wie weißt du? Ah, den Mund! Mahja, machen Mund auf! Ja. Ja. Ich muss es so schicken, aber dann muss ich... Hättest du mal, das kriegst du irgendwie raus? Also wir brauchen Werkzeug, ne? Hättest du Glückwunsch. Moin! Scheiße. Was ist das? Ich bin abgefragt. Psycho... Ach, keine Ahnung. Ich brauche Werkzeug. Und da bist du... Es ist so... Das ist mir da gar nicht. Da will ich nicht rein. Noch nicht. Cool. Jetzt untersuchen wir uns mal den Tisch. Ach, willst du mich verarschen? Hier ist nichts, was ich machen kann. Fräule? Hä? War ich irgendwas falsch? Ja, da gehen wir mal da hinten rein, ne? Oh, das hat sich angehört, als ob die aufsteht. Würde mich auch gar nicht wundern. Ey, wo ist mein Zeug? Die Oll hat das alles... Ah, nö. Sieht aus, als können wir alles einsetzen. Ne, echt? Puppen hin, Puppen her. Puppen so lala. Ah. Wir kommen auf so ein Zahlenschluss. Also, wir kommen jetzt erstmal hier nicht mehr raus. Ja, gut, wir können uns ein Checkpoint setzen. Mein Zeug habe ich wie immer noch nicht. Aber hier kann man doch nichts weiter machen, oder doch? Also hier nicht mehr. Fehlt hier irgendwas noch, was wir untersuchen? Hä? Mehr passiert da aber echt nichts. Wir müssen das irgendwie anklotzen. Hm. Guck mal, da müsste doch irgendwie irgendwo Werkzeug sein, oder nicht? Komm, Krabbsstämmer ins Maul. Das geht doch auch so, Digga. Schlitzt das mit dem Schlüssel drauf. Klar, ist das Beton, oder was? Mein Gott. Und hier ist auch nicht so wirklich was. Ich lasse das jetzt laufen. Auf der anderen Seite verschossen, ja schön. Gibt es ja irgendwie irgendwas. Wir können halt mit nichts intergehen, ne? Also teilweise nichts. Die Kiste interessiert mich. Ach, hier ist auch nichts. Nicht wirklich was, was mich weiterbringen würde. Das ist ja irgendwie irgendwas kaputt, oder so. Oh. Ja, und jetzt. Ui. Ich habe einen Ring gewaschen. Mann, auch Respekt, Digga. Respekt. Hey, geht's alles verloren? Hey, ich kriege das mal wieder. Hoffe ich. Ja, und jetzt, Digga, was soll ich denn jetzt machen, hä? Guck jetzt, ob ich hier irgendwie unten irgendwas machen kann. Muss. Muss ich dir denn den Ring wieder aufsetzen? Nee. Ja, das ist doch schick. Sieht auch schick aus, ne? Sieht doch fresh aus, Digga. Hm. Also, einen Vorteil hat's ja, ne? Es kommt gerne im Monster. Äh. Aber einen Nachteil hat's ja auch. Ihr kommt nicht voran. Ich, Digga, wo ist hier der Puppenscheiß-Werkzeug ist? Nichts ist hier nichts, Digga. Ich kann kotzen, Alter. Hier findest du auch nichts. Nicht wirklich, Mann. Ah. Achso. Und da fehlt dann so eine Platte. Also, wir haben dieses eine Ding. Das andere weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das beim nächsten Mal an. Wie's weitergeht. Ist das laut? Nee. Dann was ist mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Mit. Äh. Unicorn Zombie Apokalypse. Outro 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 Outro